Kommen zu einer Runde Ero! Läuft doch mal einer von euch weg und somit nur einer die Blöcke! Mit Simon und Tim! Hallo! Moinsets! Ja krass, ihr seid auch dabei ausnahmsweise! Schnell rüber bauen, da baut sich nämlich sogar schon jemand wieder von blau rüber! Los! Tim! Wir sparen ja noch auf das äh Kit... das bleibende Kit... Bilder heißt das, oder? Ja. Das andere ist auf jeden Fall Medic, aber es kostet 12.000 Coins. Rechts oben seht ihr meine Coins? Bist du schnell Tom? Ich hab nur noch 10 Blöcke. Wie viele Coins habt ihr? Geh gut Tom, aber... 2816. Bitte schmeiß sie nicht runter Tom, sondern lenken ein, wir brauchen welche, die die blauen gleich abnehmen. Tom, hier rüber! Mein Gold! Schön, schön, schön! Die Mann ist auch tot! Ich zurückgebackt wurde! Ficken! Aber du kannst nicht ins Void gebackt werden, also... Tim, ich geh in die Mitte und... Es ist wieder mal nur ein Gold und nimmst. Hau ein bisschen drauf, ne? Nur ein Gold? Zweite gesporen. Ja, halt. Ähm, wie... Wie das heißt... Vier Gold? Ne, Simon, du hast in dich nen Block platziert. Ja, ja, glaub ich auch. Du hast es dann zurück platziert, ey. Okay, gut. Diesmal können wir sogar die Spitzen an Spawn schmeißen. Ja, komm hier. Ich baue mir ne Kiste, ne? Plus Silber. Mach hier schon mal ein bisschen Action, ne? Warte so, ich muss doch kurz ein Smiley schreiben. Bonfeiart! Oh, Mano! Nein! Ich wurde... Oh, ich wurde da wieder raufgelegt. Oh, Mano! Bist du gestorben? Ja, ich habe jemanden noch getötet. Just vorfahren. Oh, hier sind ein paar Spielzeugen! Danke! Bist du mit dem Gold gestorben? Nein! Tim hat das... Jetzt hol mir Elis einfach geliftet, ne? Weil er nicht zu grün kommt. Ne, Elis da noch drin. Nein! Ich bin runtergefallen. Ey, Elis nicht mehr. Ach, guck mal, er ist rot. Tatsächlich. Ich dachte, er ist... Ja, der hat uns gerade aufgeregt. Weil manche Stunden mit irgendwelchen Leuten, die echt nix können. Und sich dann am Anfang zum Beispiel nen Bogen kaufen. Das solltet ihr nie machen als kleiner Tipp. Kauft euch immer Spitzhacken. Warte ich mal mal kurz ne Kiste, Tim. Und Simon macht sich jetzt eine Kiste. So, eine Fist. Ich hab die da schön an Sporn gestellt. Schön toll, das schaffst du. Und Eisen und... Okay, Silber... Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Ich wurde getötet. Rot ist wieder mal das zweite starke Team nach uns. Ach, Simon hat ne... Hat Simon ja nicht gesagt, oder so. Also gerade ne Kiste gemacht hat, ne? Äh, wessen Spornblock ist noch am existieren? Ach, komm, Simon. Nicht die... Äh, von Rot und von Blau. Orange auch, oder? Nein, Orange nicht. Nicht? Doch. Äh, wer geht zu Blau, wer geht zu Rot? Tatsache. Ich dachte, ich hätte... Ich geh zu... Ich geh zu Blau. Ah, ne Tom, ich hab dich gerade da hingelaufen gesehen und hab gedacht, du hättest es wie ich immer geschafft. Ach, hast du ihn leider nicht. Ach, das kann... Äh, er hat mich nicht mal von der Seite geschlagen. Wieder ne Spitzacke weg. Oh man, wir haben nur so wenige. Orange ist gefährlich, die fänden alle nur. Alter, er war unten und hat mich noch... Simon hat's aber geschafft. Simon schaff es. Ja, Simon. Ja, oh Simon. Easy, locker, easy. Oho, wie ich ihn eiskalt ausgetrickst hab. Okay. Ah, ne Spitzacke weg. YOLO. Nein! Warte ich um ein Schwert und werde jetzt das Team wegfisten. So, orange ist weg. Also hat einer wieder mal gerade runtergeschlankt, der wollte mich grad unseren Block zu stellen. Tom, warum läufst du da eigentlich hin? Echelt blau wegfisten am Spawn, ne? Oh, da ist ein roter, der geht zu blau. Dankeschön, roter, sonst hilfst. Also ich hab die grad alle getötet. Eines geläftet und... Ich werd den roten jetzt von hinten wegfisten. Ach, haben die noch einen Weespan-Block hin? Oh, hi. Ja, haben sie noch... Hatten die was drin? Auf einmal hat denn ne Spitzhacke. Oh, nur noch rot leh. Dann schwert man nicht. Und ein... Ach, Mann. Nein, Torben, da kommt ein roter. Hilfe. Hilfe. Aber er rennt wieder zurück. Hast du ne Spitzhacke? Ja. 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 Wir haben gewonnen. Komm, ich werd dich defenden. Ja, Alter, wie die so schlecht, die sind einfach. Ey, komm, lass mich dir töten. Ich hab vorhin immer gesagt, dass Rot sich grade bei Orange einbaut, wenn ich das richtig gesehen habe. schon? Na ich bin auch tot. Ja okay, aber wir sind kein Weespan-Block mehr mehr. Damit haben sie keine Macht mehr im System? Wohl. Im System. Alte, da hat grad irgendwie einer, irgendwer draußen richtig Wigwühlt gemacht. Wohl, 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 wohl. Aha, rot. Orange hat noch einen, ne. Hi. Tom, also ich würde sagen, da wohnt niemand in der Mitte. zwölf Gold ist so eine gute. Ja, okay, komm. Der Orangene baut sich hoch. Ja. Sieh's den? Ich werd ihn, glaub ich, ich werd ihn abfangen. Ja, ich werd nicht die kurz die roten, ohne alles. Wie, so renn die vor mir weg, ey. Ich mein, sieh jetzt auch zu schau, ist das bloß eine Halluzination. Oder wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ist es ziemlich episch. Denn sowas hab ich noch nie im ganzen Leben gesehen. Tschüss! Das war der rote. Alles so rein. Da ist jetzt auch wieder Spitzhacken drin, Simon. Zur Info, da sind Spitzhacken jetzt wieder drin. Falls ihr denkt, was ich nicht mache. Nein, nein, er geht zurück! Och Mann. Das war auf jeden Fall ein Meister-Stunt von ihm. Weißt du, ich wollte so zur Seite springen und ihn dann im Flug runterhauen. Was mach ich? Er geht zurück. Es riecht hier pfoh, ey. Ich sag's dir. Der Tibettner Rüstung! Luis ist ein Prosimann. Luis ist ein Prosimann. Luis ist ein Prosimann. Du kaufst den Bogen, also echt jetzt. Ja, fick, äh, fick, 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 zick, damit wir den anderen darunter, der sich der dauernd hochbaut aus, aus Orange. Ich brauch mich grad hoch. Ich mein, diesen ein F4, fick ihn, kacka. Ja, die, Achtung zu hören, roter... Oh, der Weespawn-Block ist ja auch noch nicht weg, oder? YouTube ist nicht Ficky-Kacka-Boom, sondern... Ich hab den roten weggefiestet, Mann. Aber ja, Hartkoma. Yeah. Oh, ich drückst du gerade? Das ist gut. Nee, der Weespawn-Block stirbt gerade. Oder was sagst du, hä? Ja? Oh, der Weespawn-Block von denen war noch da? Oh, komisch. Ja. Aber jetzt nicht mehr, ne? Ist ja komisch. Ich weiß echt nicht, wie das sein kann. Ich mein, dieses ist ja auf einmal weg, ey. Ist ja komisch. Ist ja fast so, als hätte jemand Instant abgebaut. Hm. Hm. Oh, runtergeschossen. Darauf müssen wir ne Runde Trouble in Mindwil spielen. Okay. Ey, häng noch... Ja, das war erst die erste Runde, Simon. Ja, kommen noch fünf. Nein, Spaß. Da ist noch drei oder so, weiß ich nicht. Mal schauen. Ja, wir seht, planen wir immer, wie viele wir am Anfang machen. Ja. Ich würde sagen, Cati, Cati, Cati. Tschüss. In der zweiten Runde, die erste war ja nur mit Jan und Tim. Und jetzt haben wir ein paar mehr dabei. Nämlich doch den Simon, immer noch den Jan und den Johann. Oh. Der aber nicht in unserem Team ist. Weil schon gleich drüben. Weil ihr mich hasst. Ja, das auch. An die orange ist vielleicht drin. Boah. Alter, Jan, bist du doch eigentlich AFK oder sowas? Ja, okay, Jan, ist AFK? Ich wollte was ansagen. Ja, ich bin nämlich auch noch da. Ja, okay, Kiel ist auch noch da. Ja, lange brauche ich noch. Na. Alter, es sind welche schon drüben, ne? Mach schneller, Simon! Ach nee, da hat sich einer bei Orange schon diese V-Elfer-Kick gekauft. Ey, ich hole die aber ab. Ich bin da. Ja, klar. Simon, geh du mal zu Johann. Töte du Johann. Ich tüte Kevins. Wo ist Johann? Jan, schlag ihn runter! Da schlag ihn runter! Jawoll! Tschüss Gold! Ich geh mal kurz in Jan und du, äh, äh, somit ist das nächste Gold ein. Moin, wir haben gelapselt, ne? Los, du! Wir sind... Grüne. Ja. Ich, ich kriege einfach nie Knockback auf diese Gegner drauf, weiß, die können mich zwar immer natürlich runter schlagen. Oh, ich hab ihn runtergeschlagen. Oh. Oh, ich hab ihn runtergeschlagen. Oh. Jan, hast du jetzt eigentlich so langsam mal ein bisschen Gold oder ist er fast? Nein, kann jemand mal bitte kommen? Was soll man machen? Wenn jemand kommt. Ja, und? Rein. Okay, das ist schon ein bisschen mehr. Hm. Hm. Es ist schon ein leichter Grund zu kommen. Bisschen lecker ist schon bei mir, ne? Wo ist Grün? Ach, ja. Da hab' viel Gold mehr hab' ich ja. Oh, er ist gut. Ja, dann hol der jetzt mal vier Spitzarten. Ja, dann hol der jetzt mal vier Spitzarten. Ich hab' doch schon ja. Echt. Hi. Nein, ich bin runtergefallen. Moin. Moin. Ja, Moin. Ja, Moin. Da kommt jemand. Dafür bin ich runtergefallen. Hallo, du Spaßkind. So. Bitte töte uns nicht, wir sind friedlich. Bo, Alter, was ist denn hier los, bitte? Und paar Blöcke. Was ist denn hier los? Simon, was ist hier los bei mir? Kann's mir erst mal so sagen? Ne, sag du's mir. Okay, ich hab auch keine Ahnung. Ey, ihr habt doch Spitzarten, ne? Die. Noin. Kerl. Doch haben wir ja, die liegen da. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Da wollte ich ihn von hinten überraschen, aber nein. Das ist nicht so schlimm. Mann, ich bin scheiße. Immer von hinten. Das Team von Blas, wo ist das letzte Mal? Hey, wir sind nur zuviel. Ach so, wir sind zuviel. Was machen die hier? Ey, okay, ich auch mal. Ah, das ist ne Pigex. Okay, nice. Halt, schau, ich möchte die Punkte haben. No, schlag mich doch runter. Du bist so behindert, du Orangener. Sportswelle, grad so rote, die ab. Tim, soll ich das rauspiepen oder was? Nein, danke für den Boost. Hey Tom, da waren keinerlei verbunde Wörter drin. Du piep. Ja, ich bin gestorben. Ja, Orang. Hier, genau. Orang ist tot. So, jetzt hab ich's nicht mehr gehört. Genau. Achtung, da kommen welche. Ja, aber Orang ist tot. Oh, ey. Komplastro. Wir sind so ein Block. Und dann passt doch mal auf. Wo denn? Ach, da ist schlecht. Ey, baut den mal zu. So ein bisschen so. Ja, Junge, ich hatte noch ein halbes Herz. Was ist da? Jo, Orang. Ey, ich hab einen Block abgebaut. Ein roter ist weg. Ja, ich hab Orang. Ein roter ist weg. Oh, zensiert, den kenn ich. Kannst du denn, dass der sich das Kit gekauft hat? Ohne Witz. Dieses Insta-Rüberbau. Nee, ich hab blau. Oh, Rache, Johan. Was? Wo bist du? Ich war hinter dir. Was? Ah, ihr kickt mir aus. Tim, wir haben keine Spitzhacken mehr, oder? Ach, ne. Und ich hab die meine abbekommen. Warum? Du musst dich an Tim wenden. Ich hab auch nur eine Spitzhacken gehabt. Ja, ich hab auch nur eine gehabt. Ich hatte Jan und wie oft ich hab mit dieser Spitzhack abgekackt. Was? Ja, und wie oft ich hab mit dieser Spitzhack abgekackt. Was? Wir hatten noch vier Spitzhacken. Ja. Ich hatte gar keine. Ja, ich hab sie nur eine. Lass was denn mit am Campen. Mit Schwert? Ja. Alter, ist doch nicht dein Ernst. Der kauft sich einen Bogen. Okay, ist auch immer noch so. Auch wenn er nix sagt. Hey, Johan kauft sich echt immer Bogen, obwohl er damit immer abkackt. Ja, lass ihn doch. Hey, ich war hier zuerst. Das ist einfach die ganze Zeit. Die Mega-Runde, ey. Ey, ich will noch zwei Rote töten oder so. Ich geh jetzt ein bisschen auf Killen. Und wer nicht bemerkt hat, ich spiel nicht mit. Ja. Ja. Ich hab einfach die ganze Zeit runter. Sag mal, Simon. Hi. Und man, Simon, geh mir jetzt bitte wirklich mal das Ei. Was macht der? Wo ich ihn gegangen bin, ne? Ich will gleich, ich will gleich. Da hab ich den orangenen kleinen Schubs gegeben. Nein! Das hast du verdient. Nein! Hattest du Gold? Was? Was? Schönen. Tim, da kommt einer! Tim, Achtung! Nolding 2. Ich bin echt so dumm, ne? Ich spring die ganze Zeit irgendwo hin. Ganz ehrlich, ne? Tim, da kommt einer! Tim, ich hab Eisen. Wie unnötig ist dieser Typ denn schon? Wie unnötig ist dieser Typ denn schon? Ja, ich kaufe mal ne Kiste, ne? Ja, mach das. Beste Gästeins brauchen wir grad nicht. Welches Team lebt noch? Blau. Rot und orange leben auch noch. Aber die bringen nichts mehr. Was macht der Typ? Achtung! Blockgefahr, Blockgefahr! Guck, wie bei Tim auch kein Knockback kommt. Kommt mal zu blau! Mann, ey, hätt ich ne Spitzhafte dabei. Ich hätt den Block abgebaut. Mach das nicht. Aber das war alles nur kein dabei. Wir haben keine Spitzhafte mehr. Wir haben keine Spitzhafte mehr. Ich kaufe es einfach nur schwer. So, wenn ich mach's. Ich mach's. Ich mach's. Ich hab' ein Eisen, holst die an den Eisen-Spawn an. Da ist immer einer. Sie mal alles gerade runtergefallen. Und wenn ich glaubt euch die ganze Zeit Kupfer auf dem Weg. Oh, ja. Ich hab' nicht. Und es ist voll der spannende Battle noch. Obwohl sie eigentlich schon gewonnen haben. Was macht dieser Typ? Alter! Ja, ja, ja. Wie du auch immer, wenn du einst, wenn du einst, einmal geschlagen wirst, Tim. Kann ich dir ein Eisen gehen, Simon? Alter, könnt ihr mal aufhören? Ich hab' kein Eisen. Tim, Tim, wenn du auch, wenn du einmal geschlagen wirst, also wenn nicht einer schlägt, wirst du drei Meter zurückgebackt. Oh, wie süß! Jetzt kommen die schon mit normalen Spitzhacken an. Die waren aber süß. Jan, das ist los. Ich hab' den gar nicht gesehen. Simon, Jan, Torben, was weiß nicht, wär' hier noch alles dabei. Schaut mal in unsere Kiste. Ja, wow. Ich bin dran an. Guck, wie? Wenn du einfach geschlagen wirst, wenn du nur dreimal wirst, dreimal wirst, dreimal wirst du in der Kiste. Ich hab' ihn getötet. So, guck mal. Ja, ich... Ja, ich... Stoxx meine Nachricht. Na, Mann. Tötet ihn. Simon, meine Spitzhacken. Ich hab' sie. Weil unser Riesbauer Block ist nicht schon wie das denn. Er ist nicht schon wie das denn. Über dieses Brückenabkommen bringt mich. Herr, unser Riesbauer Block ist Schwarz. Nein. Nein. Äh, natürlich. Alle sagen nein. Ja, ich kann sie nicht sagen. Ich bin dran. So, ich bin dran. Ich bin dran. Das ist nicht gebildet. Und hat MW von euch Glück. Ja, kauft dir welche. Ey, da kommt wieder jemand, ne? Ja, egal. achten dann ist es mal kein geschehen eigentlich so ist es gestirbt Achtung ich glaube ich auch schon wieder auf die Eier ich glaube ich habe es auch schon wieder ich habe es zu machen so mann nerven die wieder ohne vielleicht zu viel war ich mich selber es kann doch hier nicht wahr sein Mann Johann das ist nicht dein Ernst dass ich mich selber höre dann kommt mehr egal bei den Kauf ist und alle bei den Weg ja wo es ist der Hallo wenn ich die Spitze der Freude und dann ist es um die Städte die Füße aber auch sie haben auch sie jetzt auch die Brücke ab wir wollen sie auch überkommen will ja sie hat sich nicht mehr neu holen das ist ja nicht mehr zu können aber auch nach dem Bereich von der Karte mehr diese das ist das ist das ist auch so gut auch mit die nun in der Kostein Kostein die das Regen ist klar wer ist der Bursche so geht zurück Tom geht zurück ich hab doch voll Leben nicht haben so viel Geld da abgeholt die Gigi! 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 Eine Runde hängen wir noch hinten dran! Wir haben noch 12 Gold! Eine Runde noch hinten dran! Ja okay, eine Runde noch. Bis dann und ciao. Ja! Die Runde spielt. Kommt zur dritten Runde! Könnte ich nicht mehr schauen! Wer lacht da so hässlich? Warum lacht er da so hässlich? Könnte fast Simons Lache sein. Ist aber nicht meine Lache. meine Lache ist nur während des Physik-Unterrichts erlaubt oh Hush Sieh mal los, komm ich nächstes Mal kurz mal schnell erstmal schön aus der Welt fallen uuuu 3, 2, 1 ich bin mit 5 Alter, was war das denn? Wie war das denn? Wehe, das war Gamer Musik, ne? Was Clash of Clans? Nein man, Clash of Clans ist scheiße Sondern was war das, sag's mir Ein Spiel Ja Simon, geh doch, du bist so ein Spacken, jetzt verpiss dich da Was macht die denn da? Jan, ganz ehrlich, der Typ holt sich auf einmal nicht rein Alter, holt euch doch das Gold, man! Jetzt holt euch doch mal das Gold Wer hat das Gold? Und ne, jetzt holt nicht ernsthaft Jan das Gold Oh ne, weg dich Was macht ihr da? Jan, hol jetzt das Gold, dann geh zurück Ja, los Alter, wir werden mich reinbauen Ja, wo bist du? Hast du jetzt das Gold? Lauf, Jan, lauf! Renn um dein Leben Ja, los, Jan, hol dich schnell Spitzhacken Simon? Ja? Guck schon, wie das steht Jan in mir drin, ne? Jan, brauchst du Fleisch? Ich brauch' Fleisch, gib mir Fleisch Oh, hier hast du Fleisch Jan, hier hast du Fleisch Oh, ich hab' ganz Fleisch ausfällig Noch mehr Boah, Alter, krass Wie sie hier wieder ein Pack-Ex rauschen, ne? Alter, hier klappt mir alles Jemand baut ab, jemand baut ab Nee? Doch, ich hab' ich auch Alter, jemand hat sich fast abgebaut, man Sag, bloß Blauer, dieser Luigi-Typ Hab' ich jetzt aber das Herzrasen Blauer? Ja, tschüss, Blau Da, dafür müsst' jetzt sterben Oh, wo brauchst du den Klang? Brauchst du dich grad zum Silber? Oh, krass allein Oh, krass allein Oh, krass allein Das ist klar, alter Das ist klar, alter Tom, ach, du, von ihnen kommt jemand gleich vor euch Ich hab' den mit ne Spritzhacke Gut gemacht Okay, egal Ja, ich bin auch tot Noch drei haben wir? Alter, was, wir haben wir bitte fünf Verbraucher ein Spitzhacken Loll, wie viel hast du schon wieder benutzt? Eine nur Ich benutze immer nur eine Ich hab' auch grad eine benutzt Ich hab' auch eine benutzt Ich hab' auch eine benutzt Und ich hab' damit erfolgreich ein abgehör Ich auch Ich hab' Blau Nee, ich hab' Blau Ich hab' Blau Der Weasper-Block von Team Blau Ich hab' das Das ist schon Die Glocke-Block ist schon Sieben und was soll der Kack? Wenn du Rorschung bist, dann muss ich da ja nicht noch ein Achtung! 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 Blockgefahr, 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 Block... Ja, lau ist weg. Tim, hast du mal eine Spitzsäcke eingesammelt? Ich habe da eine gesorbt. Oh, so ein Pisser! Schreibt halt in die Kommentare, Island Player ist ein Pisser, weil der hat sich einfach rausgelockt, während der gestorben ist. Und solche Leute sind richtig scheiße. Jan von hinten. Alter! Ein blauer Captain in der blauen Base. Aha! Und runtergeschubst. Ernsthaft? Wieder voll verfehlt erstmal. Ganz ehrlich. Darauf eine Eisendruckplatte. Ach, von Rot ist schon zerstört, sag mir das so mal einer. Ach nö. Das ist doch jetzt wieder echt nervig. Wer spielt hier an Spielen, damit die Sonne nicht in Ruhe aufgeschaltet sei euch. Ihr könnt ihr bitte damit aufhören, Musik zu machen? Ehrlich, Johann? In der Musikkatz. Man muss sich nicht gleich hauen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was kannst du eigentlich, du Typ, der da schießt? Oh, der kann mich treffen. Einmal. Ey, der ist es... Mann, das regt doch ruhig nur auf. Ja, ich reg mich gerade auf. Mein Blau ist wieder einer mit Bogen in der Base und campt da jetzt die ganze Zeit. Er wird das ganze Spiel wieder campen. Vielleicht sich noch einen schönen Tower bauen. Dann hat die auch verkämt einfach in seiner Base. Guck. Ich lasse ihn jetzt sein. Teil der Schieße. Ich lasse ihn jetzt mal immer schön, dass ich da habe. Nein, das s traffickingige Hanoric hat. Ich weiß, was auch in seiner Reihe ist. weil er auf körperliche Fälle so witzig die 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 sich beinahe ich schon armselig danach ist er untergefallen so abendlich kann ich in Person echt noch nie gesehen nein ich war vom Bogen getroffen von diesem Huhn und ich bin da ja ich weiß abfällig ja guck dir diesen Bichner Typen an Holger kann man auch mal treffen wenn du schon mal im Bogen schießt dann trifft auch weh ja genau Simon erzieht mir mal wie ich ihn einfach abgelenkt hat ich bin ein Effekt oder so effekt weil der ein über den Scheiß-Effekt ja Regeneration Gold Apfel weil jetzt ob ich den dann rein stopfen würde jetzt schon Absorption das ist wenn ich dumm bin ja hast recht ich weiß nicht hat Obsorption ein ein äh Blasenteil ja hab ich doch grad gesagt Simon du bist aber echt doof so scharpen ist zwei schwer ja toll geil hammergeil da ruft jemand an bei uns äh ich müde mich kurz ok doch nicht tut mir leid wenn dieses verstörende Telefon klingeln euch alle hörgeschädigt haben und er hat immer gut aber Jan ist schuld der sich komischerweise ein Bogen gebrochen er ist da 0 der Nutschieplass vielen Dank noch mal dass du das beste Plugin Not auf der Welt entwickelt hast wir danken dir vielmals du kannst ja ein gutes Plugin mit der Folge von Ero 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 schreibt dafür alle Schild EKLP hör auf zu suchten in den Kommentaren Aero 4 komm Aero 4 nein was anderes jetzt Alter Ero Ero ich nehm noch auf könnt ihr euch mal verabschieden ja ich hab ja Tschüss 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 Herz